Das wär's natürlich, man zockt Diablo und nebenher ist man im Philosophieren. Das wär irgendwie lustig. Oh Gott, auch so Gedanken kommen wir noch nicht, ey. Das macht das Leben umso lustiger. Boing! Achso, das eine, was du meintest, ist übrigens auch nur ein Event und nicht immer da. Aber relativ häufig. Du hast ja keine Ahnung, das ist noch nicht vorbei. Oh, ich bin schon wieder voll wie noch ein bisschen. Ich sollte mal auf, um die ganzen einfachen Scheiß mitzunehmen, man. Dann dauern die ganzen Let's Plays auch weniger lang. Moment. Ich räum grad mal auf. Mein Gott, man kann mich looten. Hier musst du gleich mal vorbeikommen und dir das angucken, was da oben liegt, das bisschen. Hier. Moment. Ich hab ein bisschen was getroppt. Ich hab unsere Reisen bedient. Ich hab unsere Reisen bedient. Uh, der Teleporter, Teleporter, hierzich ja sogar mal. ich hab aber schon wieder alles ein verdammter reflex ne doch nicht oh ich hab hier was für dich seltenes item nur für den dämonenjäger oh ja nicht schlecht würde ich sagen suchen wir den teleport punkt und dann können wir wieder zurück zum tempel und gut ist ja wir haben den ja schon ja ne aber hier gibt es ja auch einen dann brauchen wir nicht nach tristram ach stimmt den haben wir ach ne der ist wieder zum anfangen dann können wir direkt nach tristram das wohnt ja nicht das ist ja gemein das ist eben hier dann tristram dahin und bla 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 oh meine hand ist blau ui ja wie der dämonenjäger auch wutsch da drauf guckt guck mal meine hand du musstest mal sehen wie die barbarien das macht alter das ist lustig wenn die dann mal anfängt ach willst du noch die fanale äh gegen strauß setzen ach so stimmt ja das ist ein guter zeitpunkt wo bin ich denn jetzt hin falsch so ja gut dann ich hoffe es hat euch soweit gefallen auch wenn es zwischendrin etwas chaotisch war und es wird auch weiterhin so chaotisch und verrückt bleiben wie es bisher war ich glaube davon ist auszugehen ja dann sag ich mal ciao jo und mir auch ciao 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 Vielen Dank.